Es ist gar nicht Mensch, ja, für jemanden da sein. Das sind so die wichtigsten Kategorien zur Zeit. Und wenn du in Hilferuf senden willst, das funktioniert relativ einfach. Du willst eine Kategorie aus, also sag mal irgendwas, was du gerade brauchst, oder was du gerade brauchst, egal was. Also unabhängig erstattet, ja, auf. Ja, ja, auf. Ja, ja, auf. Also unabhängig. Genau, das ist unabhängig. Ja, ja, das ist die dazu hassen. Und dann sitzt jemand von uns da. Ja, 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 ja. Ja, 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 da muss man auch noch machen, was ich sage. Ich sage mal, in Bezugguiff, bei dem es so gängig ist.